Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Trashok Live. Heute mit Schlangernaut, äh, der Epic, der Epic. Und dem Alex LP. Und schön. Und dem Crazy Dragon. Du musst zwei Personen in einen. Der Einzige, der genug untertan hat, dass er sich selbst nicht vorstellt. Ja. Und. Ja, auf die Fresse, ja. Aber jetzt so.osaurisch. Das war nicht schlecht. Das war der beste Schur, den wir nie gemacht haben. Das war auch der Einzige. Ö vezja. Jetzt hat den Soerstreckt das komplett verkrackt. Nein, das triff dem mal. Nein, ich kann auch nicht mal nicht treffen, aber es wird der Waffe schnell abwärts. Wenn wir schon über Schaden reden. Ja, ist auch nicht schlecht. Von dem Schaden werde ich nicht gerade kommen. Äh... Und Crazy schießt die Waffe doch auch noch. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Waffe wird überbrechen. Sehr in Deja Vu. Unbestimmt bald genervt. Kann natürlich auch sein, aber vorher werden wir so noch ausnutzen. Ja. Scheiße. Wenn man die oft genug zieht. Oder hat sie die oft genug... Ich bin bei der Hälfte ungefähr. Boah. Ich wollte gerade fragen, hast du die schon noch für die 2? Ja, da war ich mal wieder ein bisschen schneller. Ja. Nee, das wird nicht treffen. Eventuell doch. Möglich ist es. Aber... Ja. Doch, es trifft. Ja. Hat er überhaupt noch... Nee, ich habe seine Arme runtergeballert. Was? Ja. Deine Arme? Amor. Was soll ich denn mit seinen Armen? Nein. Boah. Digitation. Oh, ja. Lass die Digimon-Anspielungen weg. Ich habe gerade meinen Gehörn ausgeschaltet, das war ganz gut. Dann lass uns lieber Monster Hunter machen. Oh, nee! Nein! Nein! Junge, ich hasse die Serie. Ich habe sie gehasst, sag ich es so. Die war doch cool. Die war ein bisschen richtig absolviert, das gebe ich zu, aber... Ja, das war leider schon wegen Linus. Okay... Wenigstens einer sollte schon treffen, ja? Äh... Vier haben wir getroffen. Wenn ich schon... Jetzt dich feuern... Ich feuere dich schon nicht, keine Sorge. Ich habe jetzt... Okay, das spare ich mir auch, falls ich ihn in die Kild kriege. Ähm, mit was von uns hier möchtest du attackiert werden? Mit einem Frosch oder einer Blüthorn? Machst du ja auswuchen! Okay! Äh... Warrack! Wander zum Angriff! Oh... Das ist aber keine... Wenn ich dich da nicht bekomme, ist das ganz gut. Das ist wohl wahr. Okay... Wie der mich mal eiskalt ignoriert! Ja... Der kalt und mich. Das ist so. Ja... Du bist die Wegewegeverein... Oh ne... Mega Bilder... Ja... Mönchen, 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 Mönchen... Mönchen, Mönchen... Mönchen, Mönchen... Spoiler, ne... Ja... Mönchen... Aber in Helmut! Ja... Leider... Und... Du triffst! Wunderbar mit dir! Ich brauche ja noch das andere Spiel, Frogger! Ja, kenn ich noch... Natürlich! Ja... Füllig, sicher, Digger! Ja, voll mit allen Fröschen getroffen. Ja, jetzt geht das wieder. Dann los. Mahnst du nicht deinen Bananenbrötchen, meine Ahnung, mit so hochzuschnecken. Oh, nö, nö, nö. Nein, krieg die Bilder aus dem Korb. Geil, dein Korb. Es nimmt selber den Kopfnopf. Ja. Oh, nö, 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 nö. Oh, nö, 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 nö. Oh, nö, nö, nö. Oh, nö, nö. Oh, nö. Bum, da, bum, 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 bum. Hat er eigentlich noch. 950, das kriegen wir doch locker. Ich glaub, das war die Runde voll drin verkacken. Also, ich schwör, sie will nie verkacken. Ich werde sie auch essen, die Runde. Alter Drachenmeister. Ja. Schon wieder ein Superschuss. Ja. Und leere. Ja. Zum Glück war es nicht so eine wertvolle Woche. Überm letzten Mal. Ja. Hast du den Duke? Ja. Wunderschöner Schuss gewesen. Ja. Und raus. Meine peinlichsten Schüsse, die haben fast zu dir geschlossen. Ja. Oh. Fast jetzt. Hab ich mich selbst getroffen? Fast. Fast. Oh, ich hab mich tatsächlich über dich selber getroffen. Und bin raus. Klasse. Und. Das ist ein Tankgap. Ja. Nee, es ist nicht. Hat sich rundhersten Schalen. Jo. Ist doch herrlich. Ist doch herrlich. Ist doch herrlich. Dafür werden wir trotzdem verkacken. Ja. Das ist ein Punkt im Unterschied, den man da gar einfach nicht reißen kann. Nee. Soll das mit Zander. Ja. Mit dem Alex. Komm schon. Das kriegen wir doch hin. Er hat doch fast 700 Leben. Komm. Das kriegen wir doch hin. Er schießt scheiße. Ja. Gleich schießt er auf dich. Dann bist du schon mal tot. Ja. Was machen wir dann? Ich glaub das mache ich ihm sogar auch. Komm schon. Heize Steffa. Ich krieg's da das Elbchen hinterher. Ja. Nee. Das kommt auf die Distanz echt kein Schaden. Ja. Na komm ist das schön. Ich hab da eh noch ein Hähnchen. Das darf nicht wahr sein. Super. Normalerweise kommt erst das Hähnchen. Dann die Gewürze. Erst kam dann die Gewürze. Dann kam das Hähnchen. Warte mal muss man es aber noch nachwürzen. Ich dachte du wolltest noch mich schießen. Ich hab ihn so nur entschieden. Ja. Lass ihn doch. Dann überlebst du länger. Oh. Ich hoffe da drin ist ein Dagger. Ja. Gut krieg ich das jetzt hin. Dass da hin irgendwas liegen bleibt was trifft. Dein Gehirn los schießen. Smart Sniper. Ja. Er hat ein Problem. Dass es liegen bleiben muss. Wie beim Pin. 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 Point. Ja. Was willst du mit einem. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Okay. Hast du nicht das Problem. Das war doch gut. Ja. Probleme löst man ganz einfach. Ja. So. Bounceplot. Bounceplot unter Armour. Ja. Jetzt bist du am überlegen was du schießen sollst. Ich weiß was ich schießen soll. Ja. Der Niedler. Das ist konstanter Schaden den ich nicht verneinen kann. Ja. 90. Gemein. Jetzt geht er auf mich. Ja weil du jetzt hier nicht vor ihm stehst. Ja. Das zu ver-ficken jetzt. Ich stehe in einem schwarzen Loch. Ich fang nach vorne. Kannst du ja ver- Nein das ist noch nicht die... Das ist noch nicht der Set-Buff da ist. Äh hast du... Kannst du das schwarze Loch holen? Das schwarze Loch? Äh... Was rätst du für ein Mist? Das war jetzt wirklich nicht. Das Double Damage. Betrifft. Eiser Junge macht mich fertig. Ja. Eiser Jiren verschwindet schon längst im schwarzen Loch. Nein das ist nicht. Äh hätte. Hätte hätte Fahrradkette. Das hat wohl die Geraden zu sagen. Ja. Traitor. Toll. Da hab ich mal getroffen. Ja. Lebe noch. Betonung sieht auf noch. Ja. 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 Boah. Schieß dich drauf. Das war Blödsinn. Dann schieß doch auf den Gegner. Ja. Nutzlose Waffe. Hä? Das war eigentlich eine gute Waffe. Äh Mittelwut. Das war ein Twinkler. Ja. Twinkl, Lidl, Star und so weiter. Leck mich am Arsch. Das macht... Das macht... Lass mich leben. Ich hab gute Waffen. Ja. Gibt's noch. Die Betonung... Richtig gute Waffen. Gibt's noch eine Waffe. Uh... Erstmal gibt's. Hier ein Kipp für ihn. Und jetzt gibt's neue Waffe. Hahahaha. Hahahaha. Geil. Ich versuch wenigstens noch einmal mit der Waffe. Ähm... 279 Was könnte am meisten Schaden machen? Was sagst du? Mach doch einfach einen Treffer, dann sag ich das schon Ich versuch mal die Ghost Lads Die machen nur 40 Auch den Kill Engine selber aber Ja, das war die bessere Idee Na 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 Ah voll Und bei dir liegt Und das war's Ich hatte gute Waffen M4 Fighter Jet Ich hatte auch gute Waffen Ja Ich hatte eine Shotgun Ich hatte den Schatten Und das hab ich auch so Das ist definitiv ein Schaden Jeden Tag Wieso hast du den Shadow eingesetzt? Was für ein Shadow? Play Shadow, die erste Stupe von Death Shadow Weil ich so was ich hab Er meint mich Das war's Das war's Das war's Ich hab's Irgendwie ist der Fail jetzt besser geworden Ja, ich hab's Ja Du hast nicht geübt Du hast den Gamebot Du hast den Brot angibst zu Okay, ich spiel hier nicht Ich spiel hier nicht Im Bader spiel die Familie nicht Ja genau So sieht auch die Sache aus Ja, bestimmt hat er hier so ein Ja, bestimmt hat er hier so ein Das hat er hier so ein Das hat sich den Death sich nach Hause eingeladen Mein Brot Äh, mein Bruder spielt Genau das würde ich auch sagen Oh War so schön Wieder auf über 990 Und jetzt Auf 980 Und das Endlich Das darf doch nicht wahr sein Ja Endlich Kann man jetzt auf den Alex gehen Ja Na endlich Na endlich Kann ich die Waffe mal perfekt einsetzen Welche Schießt er voll daneben Vielleicht mal gucken Ja Da tritt er nicht total Double Damage mit Und dann schießt er komplett daneben Genau wie gesagt Ja Ja So, jetzt ist der Fail mal dran Vor allem ist er jetzt mal nicht ständig Juggernaut Ja Die letzten 3 Runden Ja Ja, erinnert uns Ja 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 Davor war ich Schlöcke Schlöckehaus Ja die Schlöpperhose Ja Ja Oh Wo schießt du hin? Ich weiß es nicht Wo er nicht mal Juggernaut ist Trifft er Trifft er nicht mal Er ist in seinem Element Und Basti Ja Das Fail schießen Passt auf zu ihm Oh Jetzt mal Mist Hey Und Sag mal Macht ihr das grad mit Absicht? Natürlich Natürlich Ich Ich bin der einzige der trifft Alles klar Ich hab's nur jetzt offen, nur halt nicht ihn Ja Komplett genau richtig Alles klar Ja 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 Ich hab ja auch nicht drauf geskillt Ich hab ja bislang erst noch aufgefahren Ich hab ja bislang erst noch aufgefahren Ich hab ja bislang erst noch aufgefahren Beste dumme Sache von dem Promi Ich hab ja Ja Deine Mann ist bei der Wunde Alter, das ist ein Kompfaktor in der Schwindel Ja Lass mich wenigstens einen von euch töten Dass ich keinen Erfolg habe Äh Nö Lass mich das mal nicht tun Mhm So Also 100 Fliegen übern Döner So War das grad ne Pizion? Ja Toller Papp Zum Sitz Boah Ich gehe Tschüss Wohin denn Ja Weil ich geh dann zurück in seinen Puff Boah Das war gemein Ja Das war es Und wisst ihr was noch gemein ist? Ich nehme ihn gleich mit Hoffentlich gibt es uns da ein bisschen zwei Weiber Ich habe schon mal zwei von ihrem hohen Ausgrund Das ist jetzt noch kurz zu helfen Heiz am Ende machst du genauso viel, wie es einmal und ohne Double-Premise. 54 Superkett 55 Meins 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 Hör auf Möwe! Meins? Deins? Meins? So weit, oder? Ah, ein bisschen trifft. Ja, aber ein bisschen Arc-White. Hast du gerade Arc-White oder Arc-Five gesagt? Arc-White! Ich brauch nicht mal zielen, Def-Zo! Oh, Double-Damage! Oh! Oh! Eine Hass-Waffe! DFG-9000! Ich mach mal dicke 80 Freunde und dann... 80 Freunde auf dem Klo sind... Ähm, es gab bei den G20-Treffen dieses Jahr ein schönes Planet. G20-Bier holen! Da ist zum Beispiel quasi die ganzen brennenden Autos in den Schweiz. Sooo... Soweit ich weiß, unsere Regierung und wenn er auf die Regierung bezahlen, ja. Ja... 55... Aber jetzt lassen wir mal mit... äh... 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 jetzt hast du mal gespiked... Du wirst dein Erfolg nicht kriegen heute, das weißt du auch. So, wie viel hat der Alex denn noch? 158. Boah, komm schon. Das ist jetzt auch. Warte mal, da müssen noch ein... Aua. Da müssen noch eigentlich nicht Rollwaffen durchgehen, oder? Nein, nur Erdbeben. Da gibt's durch? Nur Erdbeben funktioniert. Ja. Der Rest nicht. Ja toll, genau die Waffe hab ich nicht. Die hat auch nicht genug Schaden gemacht, selbst wenn sie grittet. Ja. Darum hab ich den Scheiß ja gemacht. So... 48. Jetzt kommt das große Moment von... Bald vom Fail. Ach so, das ist ein Kastellerversuch. Weiß nicht, ob das klappt. Ich auch nicht. Falscher. Ja. Wenn das jetzt funktioniert, ne? Dann prallst du die Zeit mit gleichzeitig mitnahme. Nö. Es funktioniert nicht. Gut, dass wir das geprüft haben. Ja, aber hätt's auch 0-0 schießen müssen. Dann hätt's vielleicht funktioniert. Ich hab 0-0 geschossen. Wieso ist der dann recht gefuckt? Weil er abgebrannt ist. Ja. Ah. Ah. Ich würde vielleicht... Vielleicht hätte er auch einen Decker durchgehen können. Ne, selbst der würde ich nicht drücken gehen. Ich weiß es nicht. Ach, cool. Du bist weg. Den Goppi. Weg, äh Goppi. Ja. Ja. Ich hatte auch noch 8 Kp. Ja. Goppi macht 10. In der Höhle. Ja. Und ich hab den Benua. Oder wie auch immer die heißt. Oh. Ich hab's noch geplänt. Okay. Ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Habt ihr noch was zu sagen? Ciao mit V. Und ich sage Dank. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.